Werder Bremen zittert sich zum Klassenerhalt, Christoph Monschein kritisiert den Bundesliga-Modus und Dominik Thiem startet in sein Turnier. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen aus dem Krone-AD-Sportstudio. Traditionsklub Werder Bremen bleibt der Deutschen Fußball-Bundesliga erhalten. Vier Tage nach dem 0 zu 0 im Hinspiel reicht dem Team rund um ÖFB-Legionär Marco Friedl in Heidenheim am Montag ein 2 zu 2. Dank der Auswärtstorregel wendet Werder den zweiten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte ab. In der Bremer Innenstadt war der Jubel nach dem Klassenerhalt natürlich groß. Bei den Feierlichkeiten soll es leider auch zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen sein. Für Aufsehen während des Spiels sorgen Mitte der zweiten Hälfte etwa 50 Zuschauer, die plötzlich auf der Haupttribüne sitzen. Aufgrund der Corona-Sicherheitsvorschriften werden sie aber nur wenige Minuten später von Ordnern schon wieder aus der Arena geleitet. Legende Stefan Effenberg hat sich zur Zukunft von David Alaba, der ja zuletzt mit Inter Mailand in Verbindung gebracht wurde, geäußert. Der Ex-Bayern-Profi würde einen Abgang des ÖFB-Stars aus München begrüßen. Alaba, der ja vom linken Verteidiger zum Abwehrboss in der Innenverteidigung umfunktioniert wurde, habe einen enormen Stellenwert bei Bayern-Coach Hansi Flick, schreibt Effenberg in seiner Sport1-Kolumne. Alabas Vertrag in München läuft ja bekanntlich im Sommer 2021 aus. Die Verhandlungen rund um einen neuen Kontrakt beim deutschen Rekordmeister sind in Stocken geraten. Effenberg hat beim Thema Alaba jedenfalls eine klare Meinung, er wäre für die neue Herausforderung und würde gerne etwas Neues bei Alaba sehen. Wenn Alaba jetzt nochmal für drei bis vier Jahre bei den Bayern unterschreibt, ist es zu spät für einen Wechsel ins Ausland, meint zumindest Effenberg. Auf die Austria wartet am Mittwoch mit dem Playoff-Halbfinale gegen Alltag das bisher wichtigste Saisonspiel. Dauerbrenner Christoph Monschein ist zuversichtlich, kritisiert aber den Modus um das letzte Europa-Cup-Ticket. Der Stürmer meint, dass es die Partie gar nicht geben sollte. Monschein würde das sofortige Duell mit Hartberg fairer finden. Nach 32 Runden hält er bei 32 Einsätzen, stand als einziger Austrianer in jedem Match auf dem Platz. Zwei Treffer und zwei Assists gelangen dem 27-Jährigen in der Quali-Runde. Nach dem starken Herbst steht er jetzt bei 17 Tore und 7 Torvorlagen. Dominik Thiem kehrt heute zunächst nicht als Titelverteidiger, sondern als Turnier-Mitorganisator nach Kitzbühel zurück. Der Weltranglisten-Dritte hat sieben weitere Spieler nach Kitzbühel eingeladen, wo in zwei Gruppen um gesamt 300.000 Euro Preisgeld gespielt wird. Thiem trifft heute Nachmittag zum Auftakt von Team 7 auf den Norweger Kaspar Rüd. Die Vorfreude beim Österreicher ist groß. Na sicher, ich wünsche mir natürlich, dass alle super ernst an die Sache rangehen, aber trotzdem auch ein paar Schmankerl für die Zuschauer parat haben. Das wäre eine ideale Kombination. Dazu sind die Showturniere gemacht auch. Und so wie ich alle gesehen habe, sind alle richtig gut vorbereitet, voll im Training. Und dann ist eigentlich eh alles angerichtet für Superpartien. Mit dem Sport Krone.at Leiftiger können Sie den Auftakt von Thiem natürlich wie gewohnt hautnah mitverfolgen. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.